So Freunde, endlich ist es soweit. Heute startet die zweite Rebound Classics Oldtimer Disco. Wir sind in der Motor World in Berlin-Spandau. Freuen uns riesig, kommt alle vorbei. Also wirklich von jung bis alt, alles kunterbunt durcheinander gemischt dabei. Sensationell. Ich hatte einen wunderbaren Tag, die Vielfalt der Autos, wunderbar die Infos, die man bekommen hat. Es war wie so ein Familientreffen mit Leuten, die man nicht richtig kennt. Aber man verbindet sich halt über so eine besondere Sache. Das sind die Autos. Hi, ich bin Dominik Mövs und ich trete gleich auf der Bühne bei der Oldtimer Disco auf. Ich würde mich freuen, wenn ihr gleich alle dabei seid und mit mir ein bisschen tanzt und Spaß habt. Ich fand es sehr, sehr super. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Die Leute waren alle sehr gut drauf und es war mega. Mein Highlight war das Tanzen am Schluss mit allen, die Motivation und die Freude in jedem Gesicht. Vielen, gell, vielen Dank.